Da stehen so unsere beiden Kollegen und wir wollen mal schauen, was sie für einen Auftrag für uns haben. Das ist eine Sache, die du lernen kannst, von uns zu sein... Bitte, scheiße, Insanity. Dann können sie dich nicht machen. Wenn du etwas gemacht hast, geh zu den Busy-Man. Diese Risch-Fuck ist nötig. Oh, hold on, Mann. Könnt ihr euch das? Oh, schau mal! Jäger, ihr Jäger, das sind die Fäden! Hey! Wo sind die anderen drei? Was sind die anderen drei? Wir haben gesagt, wir bringen sechs. Das ist eine sechs-Mann-Job. Nein, du hast nicht. Was? Dave machte? Nein, Dave machte. Du sagst, dass du es tun würdest. Das ist eine Frickin'-Lie! Ich bin nicht falsch. Okay, gut. Dann sind wir hier weg. Fuck es. Los geht's. Sie drei können es alleine machen. Und ich, fuck es. Du machst dein eigenes Dirty-Werk. Hey, ich mache mein Dirty-Werk jeden Tag. Denken die Lande sicher von einem Schum wie du. Und du machst einen tollen Job, Herr. Hey, du willst dieses Job fertig? Dann komm mit uns, hm? Komm, 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 Herr Leisureware, Herr Depressed accountant. Wir sind weg, Herr Leisureware, Herr Leisureware. Sie haben mehr als erfolgreicher Ereignisse. Okay, also lass mich das direkt. Nein, 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 nein. Es ist kein direkt, das ist das Punkt. Wir machen das. Ihr zwei, wir sind auf dem Gehäuse. Fuck off und mach es passieren. Michael? Du bist mit uns. Welchen Größe Flipper hast du? Oh, die tauchen. Vor allem Michael in den blödesten Sachen, die er irgendwie im Schrank finden konnte. Ja, das klingt doch mal ein bisschen interessant jetzt hier. Ja, das klingt doch mal. Hm? Oh, wir warten, bis das Gespräch vorbeifahren. Oh, wir warten, bis das Gespräch vorbeifahren. Hier geht's! Sind wir hier nicht schon mal hochgefahren? Bei dieser Anlage? Äh, weiß ich nicht mehr. Ab geht's. Und das auch noch bei Nacht. Verdammte Axt. Night Dive. Oh, geil. Wir sind aber ganz schön flott da vorne, die Jungs hier. Hallo? Ihr könnt ja auch mal warten. Warum haben wir eigentlich diese eine Fackel da fallen lassen? Damit du siehst, wo das Boot ist, wenn du zurückkommst. Ja, die blöde Fackel liegt halt irgendwo am Meeresgrund. Roger, 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 Roger. Ach, das ist auch wieder ein Minispiel, wo man dann versagen kann. Sehr gut. So, hast du noch mehr kleine Facts für mich aus dem Instruktion-Manual? Ich dachte, du wirst ein bisschen Intel in das Werkzeug, die wir versagen, um deine Hartmann-Funds zu nutzen. Ha! Ich dachte, es wäre alles in einer Wartruppe voll von Windbreakern. Oh, und vielleicht ein paar Nippelklampen. Das ist gar nicht so easy. Jetzt mit Maus und Tastatur. Da wäre das alles schon geschafft. Ach so, vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Das verbraucht, glaube ich, den Treibstoff. Viertel geschafft. Aber ich habe auch nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, hat man das schon mal in einem Spiel gemacht? Tatsächlich das so aufcutten? Ne. So Gitter für Gitter. Auch wieder eine Premiere. Obwohl bei Lego Marvel Super Heroes, da schneidet man mit den Mutanten, die Feuer aus ihren Augen schießen können oder irgendwie sonst Feuer schießen können. auch so Tresore und solche Wände auch. Batman tritt dir halt einfach auf. Oder reißt die raus, die Gitter. Bei Superman fallen sie vor Angst von alleine raus. Bei Call of Duty hat jeder seinen eigenen Schneidbrenner dabei, damit jeder sein eigenes Loch ins Fenster machen kann. Aber Atomschneidbrenner, ja, ja. Auf mein Loch kommst du nicht. Da würde ich ja voll die Panik kriegen. Ich tauche ja gern, aber alles, was so geschlossener Raum ist und so, das ist nicht so gut. Ich war noch nie tauchen. Super. Ich hab dich glücklich. Super. Super. Ich hab mich auf Trevor Phillips' den ganzen Tag. Du fühlst dich das? Die Wasser wird wärmer. Du wachst deine Pants, Davy? Das ist ein Tunnel cooling. Natürlich wird es wärmer. Keine Person uriniert. Uh, ich weiß für ein Fakt, dass das nicht wahr ist. Das Problem mit diesem Job ist, dass ich nur die Kriminelle, die dumm genug sind, um sich zu verabschieden zu werden. Ja, nur ich war nicht getroffen. Schmerzt? Ich hab mich selbst in. Du machst einen Punkt. Das macht dich doppelt dumm. Warum arbeiten wir noch mal mit denen zusammen? Ich weiß es nicht. Die sind mir nicht super sympathisch, möchte ich behaupten. Die sind Buchstaben auf der Karte, also Arbeit gefälligst für die. Nicht, dass du das Geld bräuchtest, aber mach halt. Man hat ja auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie vorangeht. Ah, jetzt haben wir ja was. Immerhin haben sie sich die drehenden, äh, Scheinwerfer, sag ich schon, Ventilatoren. Ja, wenn man in Wien oder dann durch muss, ein Stück auf den Rückweg gehen wir dann an. Ja. Mit dem typischen Time-Freeze-Rätsel und dann kommt man durch. So. Hm, den Flossen überrecht geschickt. Gut da hoch. Was ist das denn für eine Anlage? Das ist aus Half-Life 1, haben sie den Raum noch. Warum brennt uns dann die Fackeln am Anzug? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the Toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, your job is to keep this covert and non-lethal as long as you can. I got some wall, quick. Whoa, whoa, whoa. Knock him out, tell me. Die ging nochmal. Ähm, B. Ah. Du hast auch nen Taser gehören also, damit wir's aufgenommen. Ja. Wer ist das? Wer bist du? Wie geil das schief gehen wird! Der liegt an der Tür, was passiert jetzt mit ihm? Ich schleiche jetzt mal, vielleicht wird mein Schleichskill, den ich ja so oft brauche, ein bisschen gefordert. Da sieht es dann schon alles immer sehr wie Max Payne aus, ne? Also, ja, nicht ganz so detailliert, aber ganz art und weise. Ach, scheiß aufs Schleichen. Ach, guck mal, den kann man dann auch einfach durchgehen lassen. Was blöde ist, jetzt müssten sie doch die Körper finden, oder? Naja, wir gehen jetzt mal weiter. Bitte stellen sie uns nicht zu viele Fragen zu unserer Geschichte. Das ist GTA, da sind Verbrechen immer recht easy. Ich weiß nicht, was du denkst, was du machst? Die Tür nur kann sich enternaliert werden. Pause, wir haben die Firma. Das hat aber schon gut gemacht. Hol dir das Nervengift. Hol dir das Nervengift. Das ist auch nicht unbedingt Werbung für die Regierung, das Spiel, oder? Nö. Die Toxin ist verletzt. Wir müssen sie in eine Refrigeration-Unit. Die Sicherungssicherheit wurde kompromisiert. Warnung, Warnung! Woher weiß denn die nette Lady Stimme das? Ja, jetzt fahre halt um. Es sind sie oder ein paar Millionen Sivillen. Lasst uns gehen. Ich bin durch hier. Lasst uns hier raus! Oh mein Gott! Hast du gesehen, wie die Pistole da gerade gefallen ist? Die sind natürlich auch ein bisschen unvorsichtig, oder? Was ist, wenn sie den Typen treffen mit der Ampulle? Das wissen sie ja vielleicht nicht. Naja. Vielleicht glauben sie, dass noch alles zu retten ist. Bist du den erwischt? Ja, jetzt. Ich töte heute mal keinen. Wetten doch. Wahrscheinlich spätestens in der Autoflucht dann. Achtung, vier Gegner. Ja, ne, da wollte ich mich jetzt hinstellen. Direkt hier. Ja, wie gesagt, ich töte niemanden. Ach, wir müssen jetzt retten. Ach, wir müssen jetzt retten. Ach, wir müssen jetzt retten. Das wäre doch meine Ansage. Das nächste GTA ist durchspielbar, ohne jemanden zu töten. Das soll beim neuen Splint, beim letzten Splint das ja auch möglich sein, aber ich habe es nicht so weit gepackt. Bei dem, wie heißt es? Blacklist. Blacklist, ja. Aber da wird man auch jedes Mal dafür belohnt. Was? Auch wenn man gar nicht gesehen wird und so. Was ist mit der Set? Ja. Muss ich auch mal weiterspielen. Ich auch. Ah, Affen. Das ist doch aus System Shop diesmal. Blöden Gehirnaffen. Oh, no. Oh, no. Ob ist es da eigentlich so wahnsinnig dunkel in der Anlage? Ist ein bisschen komisch, oder? Ja. Ob du jetzt mit dem Phaser noch weiterkommst. Ist sowas anderes auch noch eigentlich? Positive Thinking. Geh mal weg. Ja, ich habe mein ganzes Arsenal dabei, aber wie gesagt, ich will ja diesmal Karma-Punkte sammeln. Die sind doch eh alle tot. Und du bist übrigens auch bald tot. Wir sind übrigens gleich tot. Noch einmal rausgelehnt und das war's. Ja, ich lasse mich ja gerade heilen. Das wird schon. Schau mal, ich bin schon wieder halb voll. Normalerweise sind wir immer völlig voll. Ah, na, wo ist er? Nein. Es ist ein Grimm-Business. Immerhin ist es oft. Man müsste halt auch irgendwie die Sprinkleranlage einschalten können und dann würde ein Schuss reichen. Oh ja, das wäre krass. Ja, komm. Sei vorhersehbar wie jede Computer-KI. Aber ich komme nicht so weiter. Ich bin voll wieder geheilt. Was ist denn das? Ich dachte, ich heile nicht komplett. Klassische nackte Kanone-Szene. Wo denn? Hinter dir. Draußen irgendwo. Hätten wir sowas nicht irgendwie mitnehmen können? Hier ist jetzt der Kühlein. Hä? Was? Oh. Ah. 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 Das ist der, den wir gekauft haben, oder? Unserer war ja nicht gut genug, den wir geklaut haben. Das ist nicht der gleiche? Der hat eine andere Farbe. Achso, oder dann. Ups. Easy. Easy. You're doing good. We missed the window. Ancient response team is already in the building. It's never too late. We're going. Let's go. It's too risky, Bandito. That bird goes down and takes half the west coast with it. You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay. Alright, uh, you go. I'll stay in cover. Fuck it. Fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go! Oh, FIB, special agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you, I just took a bullet from my country. Pull it up! Get us out of here! Geil. Der ist so geil, der Wichser. Ja, du hast Nervengift. Waaah! Aber wie steige ich denn? Erzähl. Oh Gott. Das muss das Nervengift abkommen. The guy's self-inflicted ones. The fucking guy shot himself so he can pass as a double agent. Ah, well, maybe they'll debrief him with a 12 inch aluminum flashlight. Haynes took the easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. The guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the Nervengift. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars, but made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Oh, it's got hell. It's war verdammt schnell. Auf dem Anhänger. Ja, ja. Es ist nicht so ganz so einfach, wie es aussieht. Das Ding fliegt sich ganz schön scheiße. Das Eier hat auch wieder wahnsinnig rum. Auch geil. Das Ding mit dem Nervengas, ja. Zack. Schön. Cooler Einsatz, hätte ich sagen. Hey Frank, he is cracking man. So the chemical weapon in there right? If it even is chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time. Ja, das ist es, Davy. Es ist nie. Ich mache mein Bestes für dich. Ich versuche immer. Ja, vielleicht diese Zeit werden wir glücklich. Vielleicht diese Zeit, Steve wird durch die Strahlung von Interrogation. Interrogate ihn? Bist du verrückt? Sie werden ihn wahrscheinlich decoratieren. Hey, Davy! Deine Jungs sind in der Agency. Erinnerst du? Ja, du und Stevie! Juste versuchen, zu halten. Ja, Putz. Was ist das? Oh, fucking A! Ja! Was ist das, Mann? Meine Zeit in der Wildern sind vorbei. Lester, er hat sich mit diesem Mexikaner verrückt. Er hat ihm das Artifakt. Jetzt, wie Trevor die Frau, wir sind gut. Aber was ist das, Mann? Ja, Mann. Er mag das Desert. Also, wenn wir eine große Sache machen, wir alle müssen unsere eigenen eigenen Weg gehen. Oh, Mann. Ich kann nicht warten, um zu zurück zu diesem Filmstudio zurückzuziehen. Ja, okay, Mann. Well, shit, ich will holler auf dich später, dann, okay? Was ist das Shit Show. Ich sage dir was, du kannst das Deserten nehmen und es schlafen. Meine Leben ist eine Welt der Schmerzen, aber von hierher, es wird ein Schmerzen, 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 Schmerzen. 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 Hä, wo geht's denn? Also, das war ich jetzt nicht. Das macht das Spiel gerade alleine. Du musst dir den Hubschrauber noch loswerden. Ach so. Oder nicht. Ach, den Schrauber. Ich hatte eine wunderbare Zeit, Trevor. Aber wir beide wissen, ich habe eine Worte für meinen Schwung gemacht. Ich weiß nicht. Du hast eine große Angst in dir drin, aber du bist ein schönes Mann. Du bist ein schönes Mann. Ich habe nie so glücklich, so schmerz in meiner Leben. Du hast ein schönes Weg. Es funktioniert. Du schenkst jetzt. Du hast den größten Teil von mir. Entschuldigung. Es ist alles, was ich liebe, die Mann ist mir. Ich mache dich nicht ab. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich verstehe dich. Ich weiß. Ich weiß. Was für eine tragische Liebesgeschichte, deren Ende wir jetzt hier erleben werden. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Dann lassen wir Aufregung genug für eine. Lassen wir das Lied noch kurz wirken. Und wir sehen euch in der nächsten Folge. Nee, ihr seht unser Spiel in der nächsten Folge. Ciao, ciao.